So, wir haben soeben geschlossen mit unserer schönen Leiter. Übrigens weiß ich, wofür wir die Leiter gebrauchen könnten. Und zwar? Waschbär. Und zwar haben wir... Oh Gott. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück in das Walschhaus. Ich bin so freundlich, mir zu erklären, warum wir mit diesen Holzplanken hierher zurückkommen. Ja, ich bin gespannt. Wir sind in einen Siegelring, Watson. Und wie können uns diese Planken dabei helfen? Wir müssen die Hand wieder beschaffen, die ihn trägt. Also müssen wir eine Möglichkeit finden, ihren Finder anzulocken. Aber von wem reden sie denn nur, Holmes? Ach, die Waschbären haben die Hand weggesch... Tipp Waschbär ein. So, jedenfalls... Müssen wir zurück in das Monsterhaus. Da sind wir jetzt schon. Wir haben ja richtig Lust, da nochmal hinzufahren. Wieso steht hier unten wohl nur das Äh? Frage ich mal so. Sie meint es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Äh, Typ Waschbären. Ah. Wo ist das schon hinten? Es geht alphabetisch. Ja. Waschbären. Sie meint es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Wer? Sie meint es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Okay, jetzt, ich kotze gleich. Wirklich, ich kotze gleich im Strahlen, ne? Im Strahlen. Sie meint es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Und deine Mutter, du Hurensohn. Ne, müsste doch Waschbär sein. Können wir nochmal Waschbär. Textdokumente. Ne, ne. Wo war denn dieses Tier- und Pflanzenwild von Losiena? In ein Nest in den Zweigen eines Baumes. Mhm. Was gebe ich jetzt da ein? Ich weiß es nicht. Waschbär. Waschbären. Hatten wir doch. Ne. Doch. Jetzt ohne Scheiß, ne? Ja. 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 Waschbären. Ja. Ja. Ich krieg eine... Warum ist da ein Ä, wenn man es nicht gebrauchen kann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist mir gerade ein bisschen pizzezinn. Wir wollten das Spiel nämlich eigentlich heute in dieser Aufnahmesession beenden. Ich weiß nicht, was ich hier rumvergesehen habe. Das war genau die Hand, die einer seiner Entführer abtrennte, während der arme Mann sich an dem Busch festhielt, den wir auf dem Weg zum Fluss sahen. Ich habe auch schon bei Er. Soviel werden Waschbären von Aas angezogen und finden auch oft gefallen an glänzenden Dingen. Ohne Zweifel hat sich einer mit unserer fehlenden Hand und ihrem Ring aus dem Staub gemacht. Ich habe Waschbäerspuren in der Nähe gefunden und zweifellos haben sie ein Nest hier in der Gegend. Finden wir die Waschbären, finden wir auch unsere Hand. So wie Sie das sagen, erscheint es ganz offensichtlich, Holmes. Es ist die einfachste Sache der Welt. Aber jetzt müssen wir einen Köder auslegen, damit der kleine Kerl herauskommt und uns zu seiner Höhle führt. Der Schinken! Nicht, dass wir es die ganze Zeit schon sagen. Ich weiß noch, wo wir das letzte Mal so hingen, in der bekackten Höhle mit dem bekackten Grab, wo wir auch was nicht gefunden haben, weil wir so bekackt sind, wenig umsehen. Herr, mit dem Stinker schenken! Ich werde das draußen hinlegen, um den Teufel anzulocken. Nicht, dass... Das wollten wir schon die ganze Zeit mitnehmen, aber nein! Da hat er nur keinen Hunger gehabt. So, wo lege ich die Rotze jetzt hin? Da und wo das nicht ist. Wo lege ich die Rotze jetzt hin? Tipp mal auf den Baum. Wo lege ich die Rotze jetzt hin? Geh mal! Oder an der Stelle, wo... Aber ich... Vielleicht auch immer hier. Ne. Ich bin ja für die Terrasse. Oder halt noch näher an den Baum, wenn du da irgendwie rankommst. Aber ich glaube ja nicht. Jetzt sag mal, es muss doch hier irgendwo eine Stelle geben, wo ich das jetzt hinlegen soll, oder was? Hier auf das Geländer, oder wie? Guck mal hier so. Wo sind die denn langgelatscht, die Waschbären? Hier, oder? Deswegen sage ich, da kommst du irgendwie näher an den Baum. Ne. Ne. Okay, einmal mal ein Blick auf den Boden. Hier schön. Hier lang. Halt! Da! Auf die Spuren, natürlich. Ich hoffe, du verreckst da dran. Wieso? Der kann auch nichts dafür. Wo kommt der jetzt her? Dort ist das Nest. Es ist auf dem Dach, über dem Balkon. Und dafür brauchen wir die Leiter. So. Das riecht es jetzt also. Lass mich da rein. Ich habe keine Zeit. Mach langsam. Watson kommt sonst wieder nicht hinterher. Das ist mir gerade so was von total... Schnurzbanane. Das ist so eine, natürlich Banane. Bleh! Was haben die denn alles eingesammelt, doch? Entschuldigen Sie, Madame. Ich kam hier nur zufällig vorbei und wollte Sie nicht stören. Obwohl ich sicher bin, dass Sie Mr. Arnison als einen Mann mit gutem Geschmack kennengelernt haben. Entschuldigung, aber das ist ja mal mehr als schwarzer Humor, ne? Was ist das da? Ein Knochen, wa? Ein Knochen. Komisch aus. Penus! Was? So, jetzt haben wir den Ring. Jetzt können wir diesen blöden Verkackten. Will ich was lassen? Nein, doch nicht. Habe ich nämlich mal aufgemacht vorhin. Kiste. Das hier brauchen wir, um ein Boot zu kaufen. Was für eine herrliche Waffe. Ja, jetzt auf einmal doch, oder was? Sie wird im Sumpf von großen Mützen sein. Jetzt auf einmal doch. So, das war's. Kannst du noch irgendwas mitnehmen? Nee, ich gucke gerade. Die Vase guckt langsam. Nein, geht nicht. Gut, weg. So, können wir jetzt... Was soll die Dissahne? Was ist Banane? Wir müssen diesen Ort sorgfältig untersuchen und jeden Stein umdrehen. Wir haben nur wenig Zeit. Warte, warte, warte. Siegelring haben wir. Jetzt gerade ist es so schade, dass wir ohne Facecam spielen. Ich drehe durch. Wir haben den Garten angeguckt. Wir haben das dicke, dicke, dicke. Das kann ja eigentlich nichts mehr damit zu tun haben. Sie hätten auf mich hören und zurück an Bord ihres Schiffes gehen sollen, Mr. Holmes. Das ist der Sheriff. Schnell, laden Sie das Gewehr, Holmes. Nein, Watson. Vergessen Sie die Waffe und kümmern Sie sich um die Leiter. Und zwar schnell, bevor Sie herunterkommen. Was? Ich? Geh? Wo? Wo? Was? Geh die Leiter wegnehmen. Nein, Watson. Vergessen Sie die Waffe und kümmern Sie sich um die Leiter. Und zwar schnell, bevor Sie herunterkommen. Aber Watson, mach doch nichts. Ja, geh. Müsste ich jetzt nicht eigentlich Watson spielen? Und was soll ich jetzt mit der Leiter machen? Nee, ich zieh's weg. Geh mal wieder raus. Nein, Watson. Vergessen Sie die Waffe und kümmern Sie sich um die Leiter. Ich zieh mal, Watson. Und zwar schnell, bevor Sie herunterkommen. Nur so eine Idee. So. Sagen wir die jetzt draußen irgendwo hinstellen und vor denen verschwinden. Oh! Eine gute Idee, wa? Oh! Zum Hafen. Sehr, sehr gut. Mein Gott, ich habe mal versucht, wieder das Spiel zu denken. Wie denn? Nicht, dass Sie eine... Einfach kurz an. Nicht, dass Sie eine Pistole gehabt hätten. Nein! So. Karte. Ich breche hier zusammen. Geld. Aufjetert. Ist das genug, um ein Boot zu kaufen, Sir? Aber sicher. Ausgezeichnet. Oh Gott. Können Sie uns den schnellsten Weg zeigen, um in das Sumpfgebiet in der Nähe der reichen Viertel zu gelangen? Das ist idiotensicher. Fahren Sie an der Flussbiegung entlang und bleiben Sie nah am Ufer. Einen letzten Gefallen könnten Sie uns noch tun. Das Boot, mit dem wir gekommen sind, soll morgen nach Europa fahren. Könnten Sie der Crew eine Nachricht von uns bringen? Es könnte nötig sein, dass Sie Ihre Abfahrt bis 8 Uhr früh verzögern müssen. Mache ich. Und noch eine letzte Sache. Wie können wir die Netze des alten Sam von den anderen unterscheiden? Die Netze vom alten Sam haben blaue und weiße Seile. Hm. Hm. Blau und weiß. Merkt man das so gut. Und jetzt, Watson, erforschen wir diesen Sumpf. Es ist auf einmal aber verdammt dunkel. Ja, davor hat Champagner gewarnt. Du musst aber schon nach hinten gucken. Ach, da, dann geht die Fahrt. Okay. Ah! Oh Gott, wie steuert man das Ding? Langsam. Fahren Sie an der Flussbiegung entlang und halten Sie sich nah am Ufer. Oh, Fing. Die Steuerung ist ja grandios. Ist da das Ufer? Oh. Ja, aber hier ist der versteckte Durchgang bei den Netzen des alten Sam. Wir sind auf dem richtigen Kurs, Watson. Oh. Ja, ja, aber müssen wir ja durch jetzt? Vielleicht dahinter? Nee, da kommen wir nicht links. Das sind die Falschen. Nichts von Wert hier, Watson. Geh mal zurück. Vielleicht müssen wir ja wirklich irgendwie versteckt im Durchgang klangen ja, als hätte ich wieder landen müssen. Oder kommst du da nicht lang? Ich bin da nicht lang gekommen. Also ich kann hier gleich nochmal umdrehen, aber... Wir müssen schon an den Seilen. Wir sind mit dem Baum los. Was an diesen von dem... Mit dem Blau-Weiß-Ding da von dem Sam. Hier ist der versteckte Durchgang bei den Netzen des alten Sam. Wir sind auf dem richtigen Kurs, Watson. Wie sollte ich denn... Aber ich komme da nicht durch. Nee, ne? Kann ich denn da irgendwie aussteigen? Nee, nee. Man hört ihn ja schon. Und wenn du in die andere Richtung weiterfährst, auch von da ist man gekommen. Nee, wenn du da nicht lang kommst, nee, nee. Hört man sich am Ufer. Links vom Ufer, rechts vom Ufer, rechts vom Ufer. Jetzt gelb. Nichts von Wert hier, Watson. Da. Einfach folgen, glaub ich. Hier ist der versteckte Durchgang bei den Netzen des alten Sam. Wir sind auf dem richtigen Kurs, Watson. Gut, sagen einfach diesen Netzen folgen. Ja, okay. Da ist Blau. Hier, halt, halt, halt. Angucken. Gut, das hier ist nicht gerade beruhigend. Alles angucken, was habe ich gar nicht gesehen. Entschuldige. Da hängt was. Was ist das nur für ein schrecklicher Ort, Watson? Oh Gott. Wo haben sie uns hingebracht? In der Nähe des Ziels, Watson. In der Nähe des Ziels. Hier ist der versteckte Durchgang bei den Netzen. Alles angucken. Mir fällt nichts Nützliches ein. Was machen... Irgendwie anfahren und draufklettern. Geht das? Nee. Ich komme jetzt gerade überhaupt nicht weiter hier. Großer Gott, sehen Sie. Dort, im Wasser. Was für Monster. Oh Gott. Nein, es sind Krokodile und offensichtlich keine sehr gastfreundlichen. Mir fällt nichts Nützliches ein. Wir müssen sie mit einem verlockenden Happen von hier weglocken. Denken wir nach, Watson. Holmes, ich weiß nicht, wie man diese Kreaturen füttert. Und glauben Sie ja nicht, ich gehe ins Wasser. Gut, da hängt doch genug. Was haben wir im Inventar? Na, das geht doch schon. Guck mal, du kannst drauf schießen. Bravo, Watson. Das wird die Reptilien in diese Richtung locken und den Weg freimachen. So, viel besser. Aber wir sollten möglichst schnell hinüber gelangen, bevor wir der nächste Gang werden. Hm, nee. Da hinten lang, glaube ich, da rechts. Ja. Aber was ist denn hier in dem... Ist da irgendwas an diesem... Nee, ist nur aufgebaut. Ah, ja, okay. Nichts, dass wir wieder... Ach, Gott, Watson. Wir sind da. Halten Sie sich bereit. Das hier ist nicht gerade beruhigend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn das? Na, eine Sekte oder sowas? Oh, ach so. Oh. Watson, sehen Sie nach, was Sie für diesen armen Mann tun können. Lebt der da? Mhm. Sein Diener hat sich furchtbar an ihm gerecht, indem er ihn diesen Wilden überließ. Was die anderen angeht, ich fürchte, da kommen wir zu spät. Oh Gott. Der Pfahl noch, das stimmt, oder? Kannst du dir noch näher angucken? Ich habe noch nicht alles untersucht. Ach so, sonst würde man ihn dann wahrscheinlich mitnehmen. Okay. Jämmerliche, blinde Narren! Wisst ihr denn nichts von der Ankunft des Großen einen? Ich habe auch noch mal gehört. Ja, genau so fühle ich mich auch gerade. Autsch. Ich habe es, Holmes. Es! Schön, mal gucken, was wir so alles... Und du hast mich mal rassistisch genannt. Es! Wir gucken kurz das in der nächsten Folge noch mal genauer an. Bis dann.